Noch bis vor zwei Tagen gab es noch kein Bild bis auf dieses heimlich geschossene vom Saldo mit der Bezeichnung ES-02. Ein Unikat, denn das Werksteam hat das Chassis selber entwickelt. Getrieben wird der Bolide von einem V8 aus dem Hause Saldo. Der Reifenhersteller ist Pironi. Ja, wozu die Geheimhaltung, wenn man uns gleich im Anschluss sogar Videomaterial zur Verfügung gestellt hat? Die beiden Fahrer sind Luca Zorn und Jens Kees. Der Reifenhersteller ist Pironi. Der Reifenhersteller ist Pironi.